Der Herms macht es ja wunderschön vor, die Blätter fahren und man lässt los und genauso kann man von seinen alten Denkmustern, Glaubenssätzen oder traumatischen Erinnerungen loslassen. Das Fasten weckt deine Selbstheilungskräfte. Es schafft Freiraum für neue klare Gedanken und für das Erkennen deiner Bedürfnisse. Das achtsame Essen, die Meditation, die heilsame Bewegung und die Achtsamkeitsübungen, die wir machen werden, bringen dich in den Augenblick, ins Hier und Jetzt. Wir wollen dir dabei wirklich Wissen und Erfahrung weitergeben bei dem Fasten, wie du dich gesund ernährst, wie du deinen Körper reinigen kannst und dass das Bewusstsein eben dabei auch mitspielt. Die Verpflichtungen und Ablenkungen des Alltags fallen weg. Du kannst dich auf das Wesentliche konzentrieren. Du kannst Antworten auf Fragen finden, die dich im Alltag beschäftigen, für die dort aber kein Raum ist. All die neuen Erfahrungen mit Ernährung, die gewonnenen Erkenntnisse, das Gefühl der Erneuerung und Reinheit kannst du dann in deinen Alltag mitnehmen. Dein Wielforsche Dein Wielforsche Aganzina